Musik Jawohl Können Sie sich ausrüsten Okay, Sie haben mir die Waffe abgenommen Wir haben Uns ist es gelungen, hier auf diesen Ballanen den Fuß zu fassen Wo wurden Sie gefangen genommen? Ich weiß es nicht, ich bin in die Rettungskapsel gesprungen Als der Alarm ausgelöst wurde und dann war Dann erinnere ich mich, dass ich hier aufgewacht bin Die mich nach vorne geschubst haben Es ist also noch nicht so lange her Ihre Erwachung Nein, ich bin gerade erst hier angekommen Ich weiß nicht, was ist das hier für ein Ort? Mein Schüler beziehe Wachposten, bis die Saboteur und Architekt die Mauer wieder geschlossen haben Ja, Meister Wir sind selber noch am Erforschend des Ortes hier Wir kennen immer noch nicht alles Die Kreaturwelt ist sehr zahlreich hier Welche Kenntnisse hatten Sie beim Imperium? Welchen Ramm? Sie tragen eine Schürze Ihre Einheitsnummer Stormtrooper Offizier 007 Verantwortlich für Druiden und Technik Hört sich interessant an Sind Sie mit dem Bau der Meshs vertraut? Da habe ich meine Abschlussarbeit drüber geschrieben Die Dinger sind schon uralt Ich habe mal zeigen Sie Ihnen die Exemplare, die wir bergen konnten Aber bringen Sie ihn erst zu unserem Koch Er muss erst mal aufgepäppelt werden Natürlich, folgen Sie mir Schatten Trubber Unsere neue Sturmtrupplereinheit muss erst mal gestärkt werden Schwingen Sie den Kochlöffel Setzen Sie sich hin Man wird Ihnen gleich was zu essen trinken Mein Schüler, Wachposten beziehen Bis die Mauer vollständig ist Verstanden Gott, was ist denn heute hier los? Wahnsinn, oder? Äh, Action, Noto Anna Ups, ich habe den Teller aufgehobt Verdammt So klein und schon bei den Sturmtrupplern Was war diese Na ja, essen Sie erst mal was Was explodiert hier die ganze Zeit? Hoffentlich macht der Saboter nicht wieder irgendwelche Experimente Ähm, das ist dieses C4, das sie dabei hatten Irgendwie müssen wir ja diese Wand beseitigen Das ist die Lauft! Haben Sie unseren neuen Sturmtruppler Käpt'n Fassmeyer hat den Waffenschrank zerstört Und wohl noch mehr Retten Sie die Waffen Ist der neue Sturmtruppler gestärkt? Jawohl, er ist gestärkt Mein Schüler, geh deiner Aufgabe nach! Hilfe! Immer verlässt er diesen Wachposten Hilfe! Danke Meister, ich wollte nicht gesprengt werden Du müsstest hier gar nicht drinstehen Du sollst draußen Wache halten Wohl, aber die Bank ist zusammengebrochen Ich habe sie repariert mit herumliegenden Nägeln Gute testen Dann führe ich sie jetzt zu den Mechs Uh, freu mich schon Unser großes Problem besteht darin, dass wir keine Ersatzhalle im Moment dafür haben Einige dieser Mechs sind bei einem Kampf beschädigt worden und deswegen unvollständig Das sind diese Exemplare Oh je, die sind ja Oh, die sind uhr alt Ist die noch funktionieren? Naja, der Code war relativ einfach zu knacken Weswegen wir sie zumindest umprogrammieren konnten So dass wir sie benutzen können Aber wir können sie auch nur bewegen Wir können ihre Waffensysteme nicht benutzen Die scheinen sehr stark beschädigt zu sein Du Mottos RP-Überlausche Ja, bei dem Fehl war das Ich würde, das ist ein Totalschaden Das wäre schade Gibt es keine Möglichkeit, ihn vielleicht wieder zu reparieren? Also bewegen tut er sich noch Ich denke nicht Die Waffenaufhängungen sehen ziemlich beschädigt aus Also wenn der wieder funktionieren sollte Irgendwann Dann niemals wieder voller Leisten Aber die Sie waren sehr stark Zumindest im Moment Da wir noch keine weiteren Waffen oder Raum haben Also dafür, dass sie so alt sind Sehen sie noch relativ gut aus Die Ersatzteile fehlen Da müssen wir schauen Also eigentlich ist das nicht mehr zu verwerten Nur unter großen Schwierigkeiten Kriegen wir ihn zum Laufen Da würde ich mich nicht darauf verlassen Laufen ja, aber die Waffenaufhängungen sind dermaßen zerstört Vielleicht können wir es an die Schmuggler verkaufen Durch die Demonstration des Laufens Könnte er schmackhaft für sie sein Ihr müssen ja nicht wissen, dass der Rest nicht funktioniert Klingt nach einem guten Plan bei dem Berater Aber vielleicht Kann ich hier noch einige Ersatzteile vorausschlagen Vorher, dass wir die anderen beiden repariert bekommen Melden Sie sich bei Captain Phasma Was für Teile benötigt werden Jawohl Die kann die heimische Ressourcenbank schon ganz gut umsetzen zur Zeit Die Frage ist, ob wir überhaupt irgendetwas besitzen, worin wir die Ersatzteile herstellen können Das finden wir ja dann auf dem Schmugglerschiff heraus Da ist ja ein Mechhändler Oh, es gibt hier lokal einen Mechhändler Den muss ich sprechen Wir warten auf Kontaktaufnahme der Schmuggler Aber das letzte Mal, als wir auf dem Schiff waren War der Mechhändler leider nicht anwesend Deswegen ist es fraglich, ob er auch dieses Mal da sagen wird Schiff? Welches Schiff meinen Sie? Freuzt hier auf dem Planeten ein Luftschiff Ähnlich wie auf Tedwin von den Hoods Nur ist da kein Hutten drauf Sondern ein Nessos Sondern ein Nessos Nessos Ist diese Nessos Spezies feindlich gesinnt? Es war der Käpt'n des Schiffs Ach so Wir hatten einen kleinen Faustkampf Können wir sicher sein Den ich Sie haben selbstverständlich gewonnen Natürlich So konnten wir den Koch aus dem Luftschiff retten Der mit seiner Rettungskapsel wo da drauf geknallt ist Sind Sie auch mit Munition vertraut? Äh Ein wenig Zeigen Sie ihm mal die Waffe Die Dinger habe ich ja seit der Ausbildung nicht mehr gesehen Wir haben leider keine Munition mehr dafür Das ist sehr schade Ich wusste auch nicht dass wir so kleine Sturmtruppler haben Im Vergleich zu Kämpfen Fass mal Wussten Sie eigentlich warum ich das Klonen beendet habe? Nein Es hatten sich Insekten in die Klonkammer geschlichen und den DRA-Strang vernichtet Die daraus resultierten Klone waren nicht mehr zu gebrauchen Die flogen immer gegen das Fenster Da brauchen sie aber einen guten Scheibenwischer Und die schlimmste Waffe für so einen Gekloten war eine Mückenplätsche Völlig unbrauchbar diese Truppen Deswegen habe ich das Klonen beendet Ach so Was ist das für ein Mit der Tierwelt sind Sie ja noch nicht vertraut Das ist ein Langzahn Unsere erste eigene Jungtiere Der Schattentrupper kann sich darüber besser aufklären In diesem großen Gehege sind mehrere Kreaturen, die Sie wohl nicht kennen Schattentrupper Der neue Sturmtruppler muss mit der Kreaturenwelt vertraut gemacht werden Die wir ja schon besitzen Verstanden Mit unserem kleinen Langzahn haben Sie ihn erschreckt Zeigen Sie ihm mal die großen Langzähne Dann kommen Sie mal mit Echt klein Selbst neben dem Schattentrupper sind Sie winzig Das ist aber auch nicht sonderlich groß Immerhin haben Sie einen höheren Rang Es ist winzig Warum ist der so winzig? Oh, schaut mal da vorne Schaut mal da vorne Es ist riesig Im Vergleich zu unserem winzigen Sturmtruppler Da ist einer mit roter Rüstung Da ist einer mit roter Rüstung Wie scheiß das Ding Was laufen Sie mit dieser roten Rüstung rum? Sind Sie lebensmüde? Sollen Sie was? 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 Weil ich alle war ja nicht möglich alle. Ich bin schon ganz gespannt, wenn die dann endlich funktionieren. Was halten wir von den der Dinger? Einmal im Chat hast du noch eine Teile halten. Ich finde die Einsteiger animation schon mega. Das ist schon fett. ich finde das geil wenn der charakter ein bisschen größer ist gucke ich natürlich mit dem kopf da oben noch raus hat man ja bei captain fast mal gezielt aber ich und unser winzling sind ein bisschen gehandicapt aber die teile sind schon fett und fett ich mache mich dann mal auf neue tiere habe hier ohne den schlafenden die nur schon analysiert müssen wir gucken ob man das exemplar noch mal finden und meinem schüler nicht heute in der blaster gezeigt bekomme immer mal schauen das tier noch mal finden wunderbar das gell und hier irgendwo sind und Interessant. Hm, der ist nicht mito. Warte. Dann hätte ich jetzt keine ohne irgendwas, hätte ich dann keine solche. Oh, was ist das? Was ist das? Das ist einer von deinen langen Fingern. Wenn ich näher und ersuche, wenn ich nur mit dem Blaster umlege, wenn man besser analysiere. Ich näher mich mal. Was ist diese Fische? Aber ich bin doch an Land. Rotprobe wäre ja interessant von dem Tier. Ob man das möglich ist, eine Kotprobe zu nehmen? Ich muss gleich mit dem Springer in Sicherheit bringen, damit nichts passiert. Ich denke, da ist der in Sicherheit. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir eine Kotprobe kriegen. Puh, wenn der Große sich da aber inmischt, dann wird es schwierig mit der Kotprobe. Das ist auch ein bisschen komisch mit der Monik. So unten. Mir gefällt das nicht, wie nah der kommt. Ich gehe auch da hoch. Hier erstmal herausfinden. Ich brauche unbedingt die Kotprobe. Ich werde vieles einfacher machen. Lieberliegend. Das gleiche entdeckt. erst mal erst mal organisiere dann kommt und die waffe ist schon beeindruckend schatten x atat sind im mod inhalte aber die at st leider nicht es wird wie weit der motor noch weiter macht ich finde es bis jetzt sehr cool was er umgesetzt hat ja noch lange nicht alles gesehen bis jetzt die ganze rüstung ist bin ich er hat zwei schüsse gebracht wie mächtig ist diese kreatur die lange fingern wahnsinn wahnsinn was ich wäre verlackt guter 15 da darfst du dich habt ihr noch nicht großartig untersucht sein best war das ebertuch geräusch am zahn das ist er leider verstürzt dann weiß nicht recht was es ist ein fleischresser pflanzenfresser mit der kralle federn hat mich ja jetzt nicht abgriffen nicht wirklich nur mit denen läuft er auf jeden fall nicht auf dem boden und schweren die kralle lang nicht so riesig geworden wenn man hier besieht wie kurz die kralle sind wieder eine füße wo man laufe gesehen haben hat er befederung am körper aber trotzdem so offene schuppestelle interessantes tier nachtauge hat er nicht wirklich so wie unsere langen zähne und nachts was sehen können das sieht nachts auf jeden fall nix er hat hat schon naja das sind keine reißzähne das sind eher so zermahlzähne ne um stücke aus aus kadaver raus zu robben ich weiß nicht ob das besser ist da müsste ich den schattensturmtruppler jetzt dazu holen um das zu inspitieren aber der ist ja der ist ja auf mission der kommt mal recht dicht nach müsste denn eigentlich erst mal vernichten ein paar blätter gebe ohne bisher beides einfach hier fleisch und blätter so raus wie nur was sache ist ich bin nicht im besitz von fleisch wir brauchen fleisch wie das ist doch ach verdammt wo bin ich nur wieder runtergubst wo man nicht hochkommt ja ich müsste jetzt mal ausprobieren welche beeren oder vielleicht sind es sogar samen liegt da müssen wir jetzt mal gucken alles einfach hier lehren das 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 müssen wir gucken ob ich samen was freist er jetzt er nimmt er nimmt die nimmt die saftige beere kee fleisch okay dann kann das da hier wieder raus interessant interessant hochinteressant halt noch mal unter kontrol zum klick habe ich ein bisschen was dabei hat muss kreatur die ist noch ziemlich weit weg die da sehr beeindruckend aus sehr bedrohlich wenn die näher kommt muss ich die beseitigen hier ohne rüstung dann machen wir gleich kurzer prozess zu gefährlich denke ich bin noch geschwächt durch diese türme so große kreaturen nicht mal will aufzwingen da brauche ich vollste macht und ich stehe hier nackt rum wie soll ich denn so große kreaturen nackt bezwingen und ich stehe hier nackt rum und ich stehe hier nackt rum mit Untertitelung des ZDF, 2020